ja also dinge will halt expandiere in sache drogengeschäfte so in stuttgart und ich will auch so einsteige in im zuheld 3 also dem zweites weibliches zuhälter sein in dem 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 einziges weibliches zuhälter drin will ich sein von ganzem stuttgart neu nicht dem einziges weil du bist du bist ja dem bislang einziges weibliches zuhälterin die will sein den zweites so in stuttgart also bislang bin ich halt noch dem einziges weibliches zuhälterin dinge von die ganze stuttgart und ja dann bist du halt zweites weibliches zuhälterin von ganze stuttgart dailten an